Asche, oder rauscht jetzt schon die Sicht? Nein, dann muss doch mal wieder Weg hinein und raus, da gibt's was! Tu's so, als wär's normal! Bullshit! Ist das denn ganz normal? Wie ja? Aber wofür? Wofür machen die das dann hier? Das wird nichts! Paradies hungern ist Teil einer sogenannten Klimatrilogie und handelt aber nicht von der Erderwärmung, sondern von einem Klima unserer Gesellschaft, einer Überhitzung der Gesellschaft und einem Klima der Angst, glaube ich. Aber so einfach macht uns der Thomas Crack das nicht. Musik 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 Es geht also um drei Menschen, die Krieg, Hunger, Elend, Gewalt, Tod, also das ganze Paket hautnah erfahren haben. Und diese Erfahrungen und Bilder, die da hängen bleiben, nicht mehr loswerden. Musik 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 Musik